Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind immer noch im dunklen Wald unterwegs auf der Suche nach etwas Kupfer. Wir können jetzt erstmal noch ein bisschen am Wasser rumlaufen und dann werden wir Zinn finden, was wir halt auch brauchen. Und vielleicht kommt uns ja irgendwo ein bisschen Kupfer entgegen. Ach man, man kann echt gar nichts mehr machen. Vielleicht kann ich ja mit der Spitzhacke mehr Schaden zufügen, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Amo, jawohl. Kämpfen wir ab jetzt mit der. Komm, mach mal gleich mit der Spitzhacke Knochenwanz, gar kein Problem. Bei uns läuft es auch zur Zeit so super. Da sollten wir das auch hinkriegen. War hier noch was versteckt? Ja, habe ich es doch gesehen. Wie sieht es denn aus? 19 Zinner. Ich glaube, wir hatten noch Zinnerz in der Truhe. Kann das sein? Ja, ich glaube, das kann sein. Also Zinn sollte reichen. Jetzt hatte ich gesagt, ich glaube 23 brauchen wir. Wir haben jetzt schon 19. Ich glaube, wir hatten sogar noch eine ganze Menge in der Kiste. Also Kupfer. Unbedingt Kupfer. Habe ich mir hier vorne markiert. Etwa Kupfer? Ne, was habe ich denn markiert? Doch, Kupfer habe ich markiert. Ist kein Kupfer. Doch, hier. So, jetzt mal bitte kein Troll. Dann wäre ich echt happy. Bin ich schon wieder voll? Ach, Mist. Gut, dann lasst uns mal schnell so ein Ding hier hinzimmern. Komm. So, das müssen wir Home nennen. Ist verbunden. Perfekt. Dann kommen wir hier unten raus. Wir bauen das jetzt gleich hier unten ab. Und stellen uns das erst mal mit in die Basis. Hat er alles aufgenommen. Sieht gut aus. Dann können wir wenigstens schnell hin und her teleportieren. Also wir haben Ganze. Wir haben gar keinen Kupfer. Geil. Er hat ein paar Steine aufgenommen. Hat es Kupfer liegen lassen. Das war natürlich der Plan. Wir laufen mal schnell zurück. Eiktör wäre auch schon bereit. Will ich aber gerade noch nicht unbedingt benutzen. Ja, ist ja gut. Ich will nochmal ganz kurz schauen, ob die Aufnahme läuft. Damit mir nicht nochmal so ein Malheur passiert wie vor der letzten Folge. Nee, vor der, vor, vor, ach, keine Ahnung. Vor irgendeiner Folge. Vor kurzem erst. So. Wieso bin ich denn jetzt rausgekommen? Nee, das ist ein bisschen falsch. Lass mich mal ganz kurz nachschauen, ob die Aufnahme läuft. Ja, sieht gut aus. Hat nämlich schon wieder irgendeinen komischen Windows-Sound gemacht. Und da zieht sich bei mir alles zusammen. Weil das meistens nichts Gutes bedeutet. Gefühlt ist es halt mittlerweile aber auch viel, viel oft nebliger. Wir haben es ja schon auf dem Meer gesehen. Da war ja gar nichts mehr mit Sichtweite. Na, die Trolle regen mich tatsächlich doch am meisten auf. Prinzipiell... Ach, ich hab doch auf Springen gedrückt. Warum hat das nicht gemacht? Prinzipiell ist das ja ganz gut mit den Trollen. Wenn wir unsere Kupferausrüstung und so noch hätten, dann... Könnten wir die ja... Äh, unsere Eisenausrüstung... Könnten wir die ja ganz easy besiegen. Komme ich hier nicht mehr rüber, oder was? Jetzt. Wir würden halt eine ganze Menge Münzen dadurch sammeln. Die wir ja früher oder später brauchen, wenn wir es denn schaffen, irgendwann mal den Händler zu finden. So, aufnehmen kann ich es nicht. Ich kann aber Neues reinschmeißen. Dann kann ich hier wieder was aufnehmen. Neues reinschmeißen. Wie sieht es kohletechnisch aus? Sieben Stück. Hier wahrscheinlich auch. Yep. Werfen das erstmal fix hier rein. Obwohl, wir können es auch vorne... Haben wir jetzt alles zint? Ja, sind wir schon los geworden. 19 Stück waren es. Und ich glaube, wir hatten hier noch, ne? Ja. Damit reicht es dann auf jeden Fall. Wir haben schon mal 18. Das heißt, wir kriegen 9 Bronze raus. Damit haben wir 10. Wir brauchen noch 13. Ich darf jetzt bloß nichts wegwerfen, was wir dann brauchen für das Portal. So, den Rest... Ja, ne, das Holz kann noch weg. Wir haben sogar Edelholz bekommen. Okay, ich weiß gar nicht, wodurch. Weder durch so ein Gräuling oder so. Wie viel hat denn der Bogen gekostet, der Edelholzbogen? Irgendwo hier war der doch. 10 Edelholz, 10 Kernholz, 2 Hirschfeld. Cool, wir können uns den basteln. Machen wir jetzt noch nicht, weil wir haben auch keine Pfeile. Aber wir wissen zumindest schon mal, dass wir es tun können. So, Zutaten. Hau hier noch ein paar davon rein. Und dann hauen wir die Himbeere noch mit rein. Den Rest brauchen wir soweit. Bis auf das Harz. Das kann noch weg. So, sehr gut. Das hier ist fleißig am brutzeln. Wir bauen ein Portal. Ach, ja. Jetzt weiß ich, wo das Edelholz herkam. So viel zum Thema. Wir bauen uns das Portal mal ganz schnell. Ich baue das jetzt einfach mal kurz hier hin. Das wird ja nicht für Ewigkeiten bleiben. Wir nennen das Home, lassen es verbinden. Die Hacke reicht auf jeden Fall noch von der Haltbarkeit aus. Müssen wir noch nicht reparieren. Und dann können wir jetzt hier gleich fleißig Kupfer abbauen. Mal schauen, wie viel raus springt. Also was hatten wir jetzt 10 Pongsa? Da hatten wir 13 brauchen wir noch. Also 26 Kupfer. Zinn haben wir genug. Ah, das sollte schon machbar sein. So lange dauert es eigentlich nicht. Jetzt gerade mit dem Portal. Wenn wir hier noch eine zweite Kupferquelle finden. Weil ich glaube, die wird es nicht... wird nicht ganz ausreichen. Sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Es sei denn, es kommen hier die ganze Zeit irgendwelche Gegner. Ich wollte euch doch mit der Spitzhacke zerschlagen. Wenn wir nebenbei abbauen und kämpfen. Ist das cool. So. Ja, ich denke mit dem Streitkolben statt Schlagwaffe, äh... Mit dem Streitkolben, da haben wir es auf 38. Und Schwerter haben wir auf 23. Vor allem nur noch auf 38, ne? Wir hatten das so verdammt hoch. Spitzhacken auch. Oh je, oh je. Mann, Mann, Mann. Hat das eine Menge gekostet. Alles wegen einer Seeschlange. Wir werden das wahrscheinlich nie schaffen, alles komplett hoch zu trainieren. Weil ich immer wieder so dumm bin und sterbe. Ja, wir müssen dann unbedingt mal schauen, wenn wir dann wieder auf Welterkundung gehen. Dass wir uns unbedingt vorher noch mal ein bisschen Eisen organisieren. Um uns dann Eisennägel herzustellen für das größere Boot. Weil ob wir gegen so eine Seeschlange verlieren, hängt eigentlich nur daran, wie viel unser Boot aushält. Wir brauchen halt einfach ein bisschen Zeit, um die zu besiegen. Also um die ordentlich zu treffen. Natürlich auch am Bogen und Schaden und Pfeile. Aber größtenteils geht es halt ums Boot. Ey, sag mal, wir haben schon... Geil. Haben wir es doch schon fast. 26 hatte ich gesagt, ne? Wir hatten jetzt... Wie viel haben wir jetzt noch gebraucht? 13 Bronze hatten wir gebraucht, ne? Wohl, nee, das kann eigentlich nicht sein. Wir hatten jetzt 10 Bronze in der Tour. Gut, ein bisschen Kupfer ist noch geschmolzen. Aber wir haben... Na doch, wir haben dreimal Rüstungsteile A5. Und dann hatten wir den Streitkolben noch... ...der 8 gekostet. Oder 6. Na doch, da haben wir es schon. Das ging ja verdammt flink. Müssen bloß mal noch ein bisschen Kohle nachwerfen. Hier liegt ja überall auch... Ah, ne, wir haben hier... Wir haben gerade Zinn gebraten. Also, Metall... Zinn. Haben jetzt 18. Da kriegen wir 9 Bronze raus. Dann haben wir 10 Bronze. Dann haben wir schon mal 2 Rüstungsteile. Jetzt haben wir das noch. Kriegen wir nochmal 7 raus. Dann haben wir noch ein Rüstungsteil. Und ein bisschen was haben wir schon in die Tour. Ruhe geschmissen. Naja, wir gucken mal. Kriege ich das jetzt... Na, natürlich nicht. Machen wir mal ganz schnell das Kupfer hier rein. Ich würde es mal probieren. Mit Steuerung vielleicht. Ne. Alt oder so. Auch nicht. Weil gedrückt halten dauert noch länger... ...als wenn wir dauerhaft die Taste hämmern. Wäre cool, wenn es da irgendwie... ...noch eine Möglichkeit gäbe. Rechtsklick und E. Nee, auch nicht... ...dass man es einfach komplett voll schmeißt. So, restliche Kohle mal fix hier rein. Wir haben nicht mehr viel. Wir müssen bald schon wieder Kohle produzieren. Wird nämlich nicht ganz ausreichen. Dann... ...komm mal hier zur Kohle. Gib mir wieder das. Ich glaube, wir legen uns gleich mal schlafen. Dieser Nebel nervt irgendwie. Das mit da rein. Also zinntechnisch müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich denke, das sollte passen. Wir legen uns mal schnell aufs Ohr. Dann sind wir einerseits wieder ausgeruht. Andererseits müssten dann... ...müsste das Zinn und das Kupfer in den Schmelzöfen fertig sein. Wir hören es ja gerade. Wie er es durchgehend gearbeitet hat, die ganze Nacht. Mitarbeiter des Monats. Wir sind fast bei Tag 300. Und rennen wieder mit einer Trolllederrüstung rum. Ich fasse es nicht. So, her damit. Her damit. Seid ihr jetzt fertig? Hier ist fertig. Hier ist fertig. Wir haben nochmal sieben davon. Dann gehen wir einmal hier. Wir nehmen mal das ganze Metall raus. Packen mal das rein. Immer noch zu viel. Hier müssen wir loswerden. Sechs Stück. Das war sogar schon zu viel. Dann gib mal wieder eins her. Ich würde jetzt schon mal sagen, wir stellen schon mal Bronze her, dass wir einen besseren Überblick haben. Das nochmal kurz gucken. Ja, wir brauchen natürlich überall Bronze für. Ja, macht Sinn. Hier, Bronze. Da brauchen wir natürlich noch Zinn. Gib mir Zinn. Ja, dann tragen wir jetzt halt zu viel. Wirst du schon noch schaffen. So, fünfmal Bronze. Nochmal Bronze. Dann haben wir zehn Bronze. bloß hier sind elf. Das kann erstmal wieder weg. Obwohl, ne, wir haben ja hier noch. Moment. Ja, ich weiß. Ach, irgendwie klappt es manchmal einfach nicht. Wir können uns jetzt schon mal zwei Rüstungsteile herstellen. Da wäre ich schon mal echt happy drüber. So, zwölf Bronze. Was brauchen wir denn noch dafür? Fell war es, ne? Bronzen am Beinschutz, Hirschfell. Hm. Immer noch zu viel. Also, 13 Stück. Wir brauchen jetzt zehn. Nehmen noch ein bisschen Hirschfell mit. Dann haben wir schon die ersten zwei Teile zusammen. Dann ist es noch ein Rüstungsteil und die Waffe. Das ging doch echt fix. So, Bronzner Brustpanzer. Einmal her damit. Bronzner Beinschutz bitte nochmal. Können wir nämlich das hier. Ne, das kann noch bleiben. Das kann weg. Brustpanzer, Beinschutz. So. Dann stehen wir doch jetzt schon mal bei 23. Das ist doch mega. Also brauchen wir jetzt bloß noch den Helm. Kostet uns einmal 5. Und den Streitkolben kostet uns 8. Also 13 Bronze noch. Wir haben jetzt aktuell 3 Bronze, also 10 Bronze noch. Bedeutet 20 Kupfer. 10 Bronze noch, 20 Kupfer. Haut hin. Wo haben wir es? Rüstung. Einmal hier mit dir weg. Das Fell wieder zurück. Die Augen wieder weg. Pärchen können wir einstecken lassen. Wir können hier mal noch schnell ein Holz mit reinwerfen. So. Wir sind irgendwie überall voll mit Harz. Jetzt. Also, ganze 10 Kupfer noch. Hier ist noch eine Kohle drin. Hier ist alles fertig, aber wir haben ja in der Truhe noch was. Wir brauchen aber auch wieder Kohle. Und damit haben wir doch 10 Kupfer. Ja. Reicht also aus? Und damit haben wir es schon geschafft. Ging echt relativ flink. Freut mich sehr. Dann lassen wir das mal noch in Ruhe werkeln und überlegen mal noch. Eigentlich wäre so eine Axt noch ganz geil, damit wir uns einen Bogen bauen können. Weil ich hätte irgendwie ganz gerne noch so einen Edelholzbogen. Was kostet denn die Axt? Oh, 8 Bronze. Wir brauchten 10. 4 Kupfer haben wir noch. Brauchen wir noch ganze 12 Kupfer. Komm, wir teleportieren uns nochmal schnell dahin. Da war ja noch ein bisschen was. Das geht flink. Dann können wir uns wenigstens noch einen Edelholzbogen herstellen. Ob wir auch mal notfalls noch gegen den Troll oder irgendwas ein bisschen was anrichten können. Klar, wir könnten uns jetzt auch einen normalen Bogen bauen, aber ganz ehrlich, der ist einfach zu schwach. Guck mal, hier liegt doch alleine schon. Was liegt denn hier? Dreimal. Ist das noch Kupfer? Irgendwie hatte ich das früher so im Gefühl, dass das viel, viel länger gedauert hat mit dem Kupfer abbauen. Ich dachte mal, das Eisen geht so schön flink. Aber Kupfer ist natürlich noch viel, viel schneller. Mich irgendwie falsch erinnert anscheinend. Naja, da schaffen wir das in der Folge noch alles fertig herzustellen. Ich lasse den jetzt. Ganz ehrlich, dann soll er mich in Ruhe lassen. Dann haben wir alles fertig und können uns nächste Folge auf den Weg machen, unser Zeug wiederholen. Ey! Stufe 1 Grauzwerg und er ist schon wieder heftigst unterwegs, ne? Aua! So. Hier hat man jetzt gerade aus Versehen schon draufgehauen. Das heißt, da bräuchten wir einen Schlag weniger. Ja, irgendwie nicht. Was treffe ich denn? Ja, alles getroffen, außer das Kupfer gefühlt. Also ich glaube, hier können wir uns kaputt schlagen. Passiert nix. Bauen wir noch eine Bärenmarmelade rein. Nur Stein. Warum denn nur Stein? Das ist doch Kupfer hier. Irgendwie Kupfer, was nicht mehr kaputt geht. Jetzt. Kam wieder nur Stein. Gibt's doch nicht. Gib mir Kupfer, Freundchen. Wieder nur Stein. Ah, das ist nur Stein hier. Okay. Dann macht Sinn. Aber hier drüben ist Kupfer. Gott, wir haben so viel Stein einstecken. Das müssen wir dann mal wegschmeißen. Beziehungsweise, ich brauche das Stein eigentlich. Müssen mal gucken, wie viel Kupfer wir wegkriegen. Acht Stück haben wir. Zwölf brauchten wir, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Neun. Ach komm, lass hier noch zwei Kupfer rausspringen. Wäre mega cool. So, wir müssen ein bisschen Stein loswerden. Jetzt haben wir 13, das haut hin. Ein paar Steine können wir noch mitnehmen. Nicht alle. Obwohl, wenn wir uns gleich teleportieren, kriegen wir die auch alle weg. Komm schon, du schaffst es. Jawohl. Naja, da haben wir es doch schon. Schnell in den Schmelzofen gehauen, den Rest hergestellt und nächste Folge holen wir unser Zeug wieder. Ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal schaffen, wenn nicht wieder irgendwo so eine kleine Schlange vorbeikommt. Du gehst weg von meinem Kupfer. So, alles voll. Alles voll, wir brauchen Kohle und ich glaube, wir haben keine Kohle mehr oder so ein bisschen war noch hier drin, ne? Ne, gar nicht mehr. Ach, Mist. Wie viel Holz haben wir denn? Müssen wir gleich nochmal schauen. Metall. Habe ich noch irgendwie so ein kleines bisschen Holz? Ja. Achso, den einen hatten wir ja schon dahinter gebaut. Ja, ich werfe es jetzt alles hier rein, was soll's. Okay, vier Stück bleiben noch über. Müssen den dann auch mal noch mit hier reinbauen. Ich finde das echt geil, dass das hier so cool reinpasst. Dann können wir uns in Zukunft echt ein ganz paar von denen hinbauen, dass das alles mal ein bisschen schneller geht. Also sehen die halt auch nicht so hingekackt aus wie hier. Die sind halt einfach nicht schön. Also so haben wir die ganz gut versteckt. So, zeig mal her hier. Wir haben sechs Kupfer. Reicht bei Weitem noch nicht. Wir brauchen jetzt noch mal fünf Bronze. Doch reicht. Also drei davon, drei davon. Gehen wir damit schon so ein ganzes Ding hin? Ne, ne? So, Bronze. Nochmal. Nochmal. Wir brauchen natürlich mehr Zinn. Jetzt haben wir drei Bronze. Zwei brauchen wir noch. Och, ich bin heute nicht so gut im Nachdenken. Tut mir leid. Aber wir haben hier noch drei Bronze. Und so ein bisschen Hirschfell war es. Dann haben wir zumindest die Rüstung schon mal komplett. Einmal den Helm. Wenn wir das Ding hier ausziehen. Den Umhang können wir ja dran lassen. So, wir haben wieder eine komplette Kupferrüstung. Und sind wir wieder bei 25 Rüstungspunkten. Und jetzt bloß noch die Axt und den Streitkolben. Und dann haben wir es. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Die anderen zwei Sachen stellen wir dann in der nächsten Folge her. Und dann geht es wieder auf den Weg. Unser Zeug holen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut.